Ja, Freunde der Blasmusik, er sagt, Birgit ist wunderschön. Aber er sagt auch, wenn es Zoff mit ihr gibt, dann ist es besser, man nimmt Reis auf. Dann ist mit ihr nicht gut Kirschen essen. Genauso ist es vor zwei Tagen passiert. Da habe ich einfach die Fernbedienung genommen und habe einen anderen Sender gesucht. Dann kam sie in das Wohnzimmer und hat mir einfach das Bier weggenommen. Das hat er jetzt vor kurzem in seiner WhatsApp-Story geteilt. Aber er schrieb auch, er hat sich in wenigen Minuten später wieder mit ihr versöhnt und gab ihr ein Bussi. Die beiden sind wirklich unzertrennlich.